Ich bin Dennis Paoletti, ich bin Versicherungsberater bei der Helvetia Agentur Liestl und das seit 30 Jahren. Mein Gebiet umfasst Lause, Ramlindsburg, Eitinge und ein wenig Liestl. Schwergewicht ist bei uns einmal das private Segment wie Hausrat, Privathaftpflicht, Rechtsschutz, dann natürlich Klein- und Mittelunternehmen. Dort haben wir auch den Geschäftsbereich, wir haben dort den Haftpflichtbereich, den Rechtsschutz, Cyber Risk und so weiter. Ich bin als Ausserdienstmitarbeiter sehr nah bei den Leuten, vor allem jetzt. Unter diesen Umständen werde ich sehr häufig angefragt wegen der Schadenabwicklung und von daher freut mich, dass ich meinen Kunden hier unterstützen kann. Eine Beratung läuft so ab, dass ich mit dem Kunden Termin abmache. Da gehe ich meistens zum Kunden heim. Klar, mit den Umständen, die wir jetzt haben, ist auch gewährleistet, dass wir den Sicherheitsabstand haben und dass wir auch die Maske tragen dürfen. Der Online-Bereich ist für mich nur für gewisse Kundensegmente wichtig geworden. Weil alle anderen Kunden, die ich seit Jahren betreue, immer noch den persönlichen Kontakt wünschen. Ja, aus meiner Erfahrung, Herr und Frau Schweizer, das sind keine Online-Kunden. Sagen wir mal, sicher etwa zu 80% sind es keine Online-Kunden. Und die wollen einfach jemanden, der für Sie hier ist, in diesem Versicherungsdschungel, der ja immer komplexer wird. Der, der für Sie hier ist, das ist Dennis Paoletti, Reis Strass 3, Agentur Liestl Helvetia Versicherung. Der, der für Sie hier ist, das ist eine Online-Kunden-Kunden-Kunden-Kunden-Kunden-Kunden-Kunden-Kunden-Kunden. $27 Kunden四 kann sich mitAAon beüberstehen, das ist eine Online-Kunden-Kunden-Kunden-Kunden-Kunden-Kunden. Sch ощ., K calle K 1